hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kanalvorstellung ja heute der kanal emma 70 saugeil habe ich schon gerade ein bisschen durchgeguckt hier man 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 aber das werde ich euch gleich alles zeigen hier und vorstellen ja dann gehen wir doch gerade mal durch hier seht ihr schon banner richtig schön hier hintergrund sehr sehr toll die burg hier sauer richtig toll oben haben wir dann noch ein avatar mit wahrscheinlich bist du das gehe ich mal ganz stark von aus sehr sehr toll haben wir heute noch facebook und aber darauf gehen recht genau ein ja dann würde ich sagen schauen wir mal eine kanal info was uns hier so erwartet 34 abonnenten 2800 aufrufe beitritt am 17 2 2015 auch noch nicht so lange dabei beschreibung willkommen auf meinen kanal zocken tue ich schon über 15 jahre taktik mehr schnuppe ich spiele wie ich lustig bin es gibt eh nur eine handvoll games die mich seit vielen jahren begeistern angefangen von gothic 1 bis 3 über mass effect 1 bis 3 zu sky und schließlich die dragon age welt also ich kann nur sagen gothic 1 bis 3 supergeiler gothic 1 habe ich damals auch gesüchtelt ach das war noch richtig toll diese als gardista lang zu rennen wahnsinn mess effect sehr sehr geil auch sehr sehr schönes spiel kann ich nur empfehlen und bald kommt ja auch ms effect 4 raus da freue ich mich schon auch wenn es nicht mehr so viel damit zu tun hat soll wohl aber vielleicht doch irgendwie ich weiß es nicht da steht immer so wirres zeug da aber ich freue mich sehr und skyrim oh ja sehr sehr schön elder scrolls auch toll dragon age doch schon mal richtig geile spiele dann mods kommen bei mir natürlich auch zum einsatz auf meinem kanal werde ich euch let's plays und walktos zeigen dies hier ist nur zu meinem spaß den ihr hoffentlich auch haben werdet meine laufenden projekte the witcher 3 wild hunt montags bis freitags 15 uhr dragon age inquisition magia albtraum montag bis freitags 14 uhr the witcher enchant edition montags bis freitags 16 uhr dragon age orange samstag 13 uhr mit facecam und skyrim sonntag 13 uhr mit facecam grüß emerald 70 links am facebook google plus und live stream ja sehr schön auch hier mit dem plan ihr seht schon dann könnt ihr euch direkt angucken was kommt hier wo dran eine richtige tv serie richtig toll finde ich sehr wichtig finde ich dann ganz cool dass man das auf jeden fall verlinkt hat dass man weiß hey dann dann kommen neue parts ja und auch noch nicht so lange dabei aber schon ordentlich was los kann man auch nichts anderes sagen als cool ja dann würde ich sagen dann schauen wir mal die playlist rein gehen wir mal alles durch da haben wir dragon age inquisition deutsch albtraum let's play 170 video schon da habt ihr zu gucken the witcher enchant edition 41 live streams on twitch 14 the elder scrolls 5 skyrim deutsch 13 videos dragon age orange let's play deutsch mit mods 15 the witcher 3 wild hunt let's play deutsch 130 video schon nicht schlecht the witcher 3 haben wir noch mal drei videos astarium walkthrough dragon age inquisition 11 und positiv bewährte videos kennen wir ja nice 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 sieht schon mal richtig gut aus dann würde ich sagen gehen wir auf videos und dann schauen wir uns doch mal an hier sieht man schon eine stunde vor zwei stunden ein tag vor einen tag vor zwei tagen vor drei tagen vor vier tagen vor fünf tagen vor sechs tagen eine woche also sie ist ordentlich hochgeladen die sammeln sind richtig toll hier man sieht schon richtig schön ausgemacht das fällt richtig auf ihr das sieht toll aus gefällt mir sehr gerne mal weiter runter ihr seht schon liebe leute da habt ihr ordentlich was zu gucken hier sehr viele schöne videos und natürlich ein top game the witcher kann man gar nichts anderes zu sagen sehr sehr geil macht auf jeden fall ordentlich spaß ja nice auf jeden fall ich würde einfach mal sagen wir gucken uns das video vor einer stunde an immer am aktuellsten und so finde ich immer ganz cool deswegen machen auf start jetzt kommt erst mal werbung das ist maria bella so lassen wir kurz laden dann kann ich noch mal gleich die beschreibung gucken 720 alles klar haben wir noch was außen geht schon alleine kein problem ok spiele dings und das ja dann würde ich sagen schauen wir mal reichen muss nur kurz ein bisschen laden lassen mein internet ist gerade also am tag ist immer ein bisschen naja wenn viele leute darauf zugreifen ist es gerade nicht so am schnellsten aber es geht schon es lädt und lädt und lädt sollte eigentlich gleich hochgeladen sein dass ich dann zumindest mal ein bisschen reinschnuppern kann und dann können wir uns mal anschauen was uns hier so erwartet ich würde sagen wir starten jetzt viel spaß leute da bin ich wieder ml 70 am start ja man musste aus dieser anderen schleuse rausschwimmen ne was alchemie zutaten holt ihr denn den blohnung vom auftraggeber dann hätte ich auch zum fuß hingehen können bin doch da gerade zu fuß lang gelatscht ja man musste da um das ganze ding rundherum und wir hatten ja da bei dem quest die erste schleuse geöffnet und aus dieser schleuse mussten wir auch wieder rausschwimmen das war alles was sie tun mussten also nur noch mal den hebel umlegen die zwei hebel umlegen damit hatte sich das dann erledigt ganz simpel und einfach ist doch immer so oder erst aufregen wie eine große und danach es ist dann ganz einfach sehr spannende stelle gerade ja und wenn euch wenn ihr wissen möchte wie es weitergeht dann schaut auf jeden fall mal rein ja tonqualität ist doch sehr gut man versteht sich ordentlich das richtig toll sehr sympathische stimme auch da kann man auch gespannt zuhören gefällt mir grafik ist auch top kann man gar nichts anderes zu sagen gefällt mir hört sich gut an ja und das spiel so witcher 3 das ist sowieso episch da wir sind jetzt hier hat 126 dann schaut er von vorne bis dahinter ist schon auf jeden fall eine menge passiert da bin ich mir ganz ganz sicher aber es bleibt auf jeden fall spannend ihr seht ja im kanal in besteht ja drin was rauskommt und man sieht schon wird fleißig hochgeladen hier kann man gar nichts anderes zu sagen als geil gefällt mir gut dann gehen wir auf die übersicht seite da haben wir nun alle videos das sind dann die videos die gerade hochgeladen werden dann sieht man schon vor einer stunde vor zwei stunden hier wird fleißig dann hochgeladen und hier haben wir neueste beiträge ok da steht auch was der witcher enchant edition 40 und 39 und 40 nice 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 was haben wir denn noch dann gehen wir auf kanäle da können wir kommen wir dann auch mal schauen da seht ihr dann lieblings kanäle von mir auch größere uga glaube ich ein sehr großer oder macht mir was 999 ok sind auch größer ja zweikampf super kennen wir auch die kenne ich auch sauber no gaming kenne ich ja so viele man die welt ist klein hier bediene kenne ich wahnsinn ja so sieht man sich wieder überall sind so versteckt gefällt mir dann gehen wir auf diskussion was haben wir denn hier so schön ist ja ja das sollte auch eine überraschung sein mit der vorstellung hier und der kanal und ich werde es nicht sagen von wem es ist das ist ja gerade die überraschung oh meine maus ist gerade hängen geblieben ich muss gerade mal irgendwie weil die kann sich gerade nicht bewegen könnte magnetisch sein hallo hallo maus hey ups ich habe keine ahnung was da passiert ist ähm ne auf jeden fall ist ein sehr schöner kanal und gefällt mir sehr gut mach auf jeden fall weiter so und genau so sehe ich das auch ich hab dich mal abonniert das finde ich immer cool also liebe leute wenn ihr witcher mögt und so könnt ihr auf jeden fall mal reinschauen hier es lohnt sich und ihr werdet hier auch gespannt mit videos also hier ist jede menge hier kommen fleißig videos raus ihr habt ja gesehen hier schon 100 über 130 stück ordentlich und da könnt ihr mal reinschauen wenn es euch doch gefällt unterstützt ein bisschen hier mit den abonnenten und mit den klicks schaut mal rein und ich finde das auf jeden fall eine gute sache was du hier machst und mach weiter so und auch da gab es ja noch was mit facecam und sowas also finde ich echt eine super coole sache mache ich jetzt auch sein neuesten mit facecam und ja da wird das spiel einfach noch ein bisschen belebter und finde ich grüß haben jetzt ein geil video qualität ist gut ton ist top also kannst du gar nichts anderes machen als weitermachen und deswegen ich hoffe auch für dich dass die leute hier reinschauen also kann ich nur empfehlen liebe leute und ich werde natürlich in die beschreibung den link zu dem kanal packen und auch von meiner community da kannst du gerne reinkommen videos posten bis da herzlich eingeladen einfach auf meine kanalinfo und community klicken dann kannst du dabei treten das kostet pflichtlos einfach da kann man videos posten mit quatschen und dann werden auf jeden fall auch noch mehrere leute deine videos anschauen und das lohnt sich auf jeden fall ja ansonsten kann ich nur sagen mach weiter so gefällt mir auf jeden fall richtig gut und ja ich wünsche euch allen noch einen schönen tag ja und wir sehen uns dann bei der nächsten kanalvorstellung euer Ivano, Ciao